Wie kann ich in Zeiten von Corona einen Wahlvorstand wählen, wenn in meinem Betrieb bisher noch kein Betriebsrat besteht? Was Sie in diesen turbulenten Zeiten wissen müssen und wie Sie am besten vorgehen, verrate ich Ihnen in diesem Video. Um einen Betriebsrat zu gründen, müssen Sie in Ihrem Betrieb zunächst einen Wahlvorstand bestellen. Ist bei Ihnen bereits ein Betriebsrat vorhanden, ist dies kein großer Aufwand, da dieser den Wahlvorstand bestellt. Dabei kann der Betriebsrat auch auf den noch relativ jungen Paragraf 129 der Betriebsverfassung zurückgreifen und den Wahlvorstand in einer Sitzung mittels Video- oder Telefonkonferenz bestellen. Ansonsten ist der Wahlvorstand auf einer Betriebsversammlung zu wählen. Zu dieser müssen Sie all Ihre KollegInnen einladen. Voraussetzung ist jedoch nicht, dass auch alle Ihre Kolleginnen erscheinen. Denn eine Mindestteilnehmerzahl braucht es für die Betriebsversammlung nicht. Der Wahlvorstand wird lediglich durch die Mehrheit der anwesenden KollegInnen gewählt. Bei kleinen Betrieben, in denen insbesondere auch noch regulär gearbeitet wird, ist daher die Abhaltung einer Betriebsversammlung durchaus auch unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regelung möglich. Wie sieht es aber mit größeren Betrieben aus? Theoretisch müssen Sie die Betriebsversammlung so planen, dass auch alle KollegInnen erscheinen können und einen Platz haben. Das kann einem bei großen Betrieben von über 50 KollegInnen schon erheblich Bauchschmerzen bereiten. Selbst wenn Sie ausreichend große Räumlichkeiten haben, in denen Sie Abstandsregelungen und Co. gut einhalten können, Schließungsverfügungen oder Verbote für Zusammenkünfte und weitere Corona-bedingte Einschränkungen stellen teils unüberwindbare Hürden dar. Eine gute Idee wäre doch jetzt wieder der § 129 der Betriebsverfassung, oder? Diesmal habe ich leider schlechte Neuigkeiten für Sie. Ob der § 129 für die Wahl des Wahlvorstandes auf der Betriebsversammlung Anwendung finden kann, ist rechtlich leider noch nicht geklärt. Selbiges gilt übrigens auch für die Beschlussfassung eines bereits bestehenden Wahlvorstandes. Denn der § 129 erwähnt in seinem Gesetzestext weder die Sitzung des Wahlvorstandes, noch nimmt er in Absatz 3 Bezug auf die Betriebsversammlung, in der der Wahlvorstand gewählt wird. Man könnte nun über eine entsprechende Anwendung nachdenken. Dagegen spricht jedoch, der § 129 galt zunächst nur bis zum 31.12.2020. Im Rahmen der Verlängerung bis zum 30.06.2021 wurde von gewerkschaftlicher Seite ausdrücklich dazu aufgefordert, auch die Wahl des Wahlvorstandes und dessen Beschlüsse in den Anwendungsbereich aufzunehmen. Da der Gesetzgeber diesem Verlangen nicht nachgekommen ist, könnte man gut argumentieren, dass der Gesetzgeber sich bewusst entschieden hat, dies nicht zu regeln, da er eine Anwendbarkeit des § 129 in diesen Fällen für unzulässig erachtet. Andererseits könnte man argumentieren, der Gesetzgeber habe sich schlicht nicht mit einer Erweiterung des Anwendungsbereiches befasst. Für eine entsprechende Anwendung spricht dann, dass nach Absatz 3 des § 129 auch normale Betriebsversammlungen nach § 42 der Betriebsverfassung mittels audiovisueller Einrichtungen durchführbar sind. Zudem gibt das Gesetz für die Wahl des Wahlvorstandes in einer Betriebsversammlung keine engen Voraussetzungen vor. Es ist weder eine geheime Abstimmung nötig, noch sind besondere Formvorschriften einzuhalten. Dennoch empfiehlt es sich, mit einer Wahl mittels Video- oder Telefonkonferenz noch zurückhaltend umzugehen. Es gibt allerdings noch einen Ausweg. Sie können beim zuständigen Arbeitsgericht einen Antrag stellen auf Bestellung des Wahlvorstandes durch das Arbeitsgericht. Voraussetzung für einen solchen Antrag ist lediglich, dass Sie zu einer Betriebsversammlung eingeladen haben und eine solche nicht zustande gekommen ist oder kein Wahlvorstand auf der Versammlung gewählt wurde, aus welchen Gründen auch immer. Das größte Problem ist dann nur noch die Zeit. Denn vielleicht wollen Sie in Ihrem Betrieb möglichst schnell einen Betriebsrat wählen, da der Arbeitgeber coronabedingt, Kurzarbeit, Betriebsänderungen und oder Personalabbau plant. Hier müssen Sie schnell tätig werden, um mit einem Betriebsrat die KollegInnen zu schützen. Und vielleicht haben Sie schon einmal die Bekanntschaft mit einem deutschen Gericht gemacht. Dann wissen Sie vor allem eins. Die arbeiten sehr langsam. Daher sollte die Bestellung des Wahlvorstandes im einstweiligen Rechtsschutz beantragt werden. Dafür müssen Sie dem Gericht darlegen, warum es mit der Betriebsratsgründung so eilt. Wenn Sie ernsthaft drängende Gründe, wie zum Beispiel konkret drohende Betriebsänderungen aufgrund der anhaltenden Krise darlegen, dann sollte es auch mit dem Antrag bei Gericht ziemlich schnell gehen. Und eines sollten Sie nicht vergessen. Bereits als Wahlvorstand haben Sie einen gesetzlichen Schulungsanspruch. Diesen sollten Sie unbedingt nutzen. Schauen Sie doch mal vorbei auf www.waf-seminar.de. Dort hat die WAF für Sie ein breites Spektrum an Seminaren als auch Webinaren zur Betriebsratswahl zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie lieber was lesen wollen, dann schauen Sie auch gerne auf www.betriebsratswahl.de vorbei. Dort gibt es allerhand Artikel und auch Musterformulare für Sie zum Downloaden. Mein Name ist Carolin Wiesbauer. Ich bin Volljuristin und Fachreferentin bei der WAF und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Betriebsratsgründung.